Einen wunderbaren Reggae-Song spielen. Traditionell wird dieser Reggae-Song nicht gespielt, ohne das Geschwänke zweierlei Reggae-Fahnen. Findet sich hierherin jemand, der freundlicherweise aushelfen würde, einmal links vom Bühnenrand, einmal rechts vom Bühnenrand, eine von uns eigens mitgebrachte Reggae-Fahne zu schwenken? Ja, ruhm, ja, ja, zwing ihn nicht, zwing ihn nicht, Jakob, was ist mit dir? Ja, also, das wird sich irgendwie finden, wir fangen derweil schon mal an. Und ein Typ, wie ich, ein Girlie-Bee. Kleine Finger weg, von Zweifeln nützt uns weg. Es ist doch sonnenklar, wo der Mönster schlägt, und zwar. Ein Typ, wie ich, im Karkis-Hut. Und neben sich, ein Girlie-Dos. Die Mama ist halt, das ist die Stirnwarte-Kaus. Sollte fangen bitte der Meister aus. Stell dich nur schön ahnungslos. Was ist das, wenn das tut los? Die Spazierkirche, ich schlaufe, 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 ich schlaufe. Von diesem Diskurs weg ist es nur ein kurzer Weg, wo du halb im Ernst und halb im Spaß mit deinem Bauhaus-Peter warst. Was du Gott genau vermisst, doch wer ist der Bassist? Was du Gott genau vermisst, das war nicht weiß, wer er noch sein geschmeißt? Kannst du einfach sehen, du musst dich nur hier rüberdrehen. Ein Typ, wie ich, im Karkis-Hut. Und neben sich, ein Girlie-Dos. Trommel, wie ich, im Gernot, von Zauberplan und Zweck. Es ist doch klar wie Schnaps, was doch griller klingt als Raps. Ein Girl wie du, ein Typ wie ich. Mein Karkis-Hut und dein Mist. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018